Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorüber gehen. Ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand, ist da jemand? Um mich rum, lachende Gesichter, ich lach mit, der Letzte lässt das Licht an. Die Welt ist laut und mein Herz ist taub. Ich hab gehofft, dass eins von eins gleich zwei ist und irgendwann, irgendwer dabei ist, der mit mir spricht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020